Hallo und willkommen bei vielblauem nichts Nummer 133. Yay, ein Drittel von 400, was genau keine sinnvolle Aussage ist, aber egal. So, jedenfalls, ich habe gerade ganz, wobei 400, 400 war gerade ungefähr die Zuschauerzahl, die ich bei Pixel Connect im Livestream zugeschaut habe, weil er jetzt gerade, wie ich anfange hier aufzunehmen, noch über Konsolen redet und da irgendwie, also es scheint ein normaler Publikumszuwachs zu sein und nicht wieder dieses, was habe ich schon vergessen, wie man es nannte, Arschloch-Einfallstum-Problem. Das hat er nicht, nee, das sind reguläre, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, aber gut, das ist bei dem Thema jetzt ja auch nicht so die ganz große Überraschung, aber gut. Egal, jedenfalls, ja, ganz normales Geschwafeln, wie immer, heute sind am Start, ist diesmal der ganz harte Kern wieder, so die grob geschätzt vier Leute, die eigentlich jede Woche zuverlässig immer dabei sind, außer es fällt irgendwas aus. Dann haben wir ja noch in der Peripherie Leute, die alle zwei bis drei Wochen aufschlagen und oder halt ab und zu mal eine Pause einlegen, was auch gar kein Problem ist. Doof wäre es nur, wenn halt mal irgendwann gar nichts mehr da ist, dann hören wir halt wieder auf. Aber momentan läuft es ja noch so, wie es ist und auf YouTube geistern ja auch immer ein paar Ehrlich darum. Diesmal haben wir, haben wir. Fangen wir mal so kurz mit den YouTube-Geschichten an, die so quer durch alle möglichen Videos gehen, faszinieren. Zur letzten Folge meint nur der MD-Elite, Lego Mario ist echt nicht gut. Jo, kann man so stehen lassen, was soll ich da sonst schon groß zu sagen? Ich bin der Meinung auch in ungefähr so. Dann meint der, gut, das war übrigens, mal schauen, bevor ich jetzt wieder auseinanderkomme, interessante Sachen anderweitig. Ja, YouTube und die Thumbnail-Sperrung. Sie haben mir bei meinem hübschen Kandagawa Jet Girls Trailer, äh Trailer, sag ich schon, Intro, meinen tollen Thumbnail gekillt, obwohl die Frau ganz eindeutig ganz viel Klamotten anhat und sie ja auch gerade eben zumacht und nicht aufmacht. Ja gut, das erkennt man ohne Bewegung nicht, aber ist egal. Das hat mich schon ein bisschen, ein ganz klein bisschen verblüfft, weil, ja, warum ausgehört da? Aber gut, da meint der MD-Elite, worum geht's in dieses Jahr überhaupt? Fahren die Tanten da Wettrennen? Ich könnte jetzt schwören, ich hab darüber schon mehrfach groß und breit hier geredet. Du hörst doch zu, Mensch. Ja, sie fahren Wettrennen auf so komischen Pseudo-Jet-Skis und beschießen sich mit Wasserpistolen. Und im Gegensatz zum Spiel, das ziemlich langweilig geworden ist bei der Anime-Serie, wenn sie getroffen werden, dann verlieren sie Outfit-Teile, das Oberteil ein bisschen und auch die Hosen. Dann bleiben halt nur die Unterwäsche übrig, aus Sicherheitsgründen, wie die Serie ganz eindeutig erklärt. Was übrigens auch, wenn man bei Amazon gucken will, die erste Blu-Ray gibt's jetzt, vorbestellbar für den Wahnsinnspreis von nur 40 Euro irgendwas. Über vier Folgen. Abartig. Da steht das dann auch mit den Sicherheitsgründen. Haha. Das ist die unsensierte Version. Das ist natürlich schon mal was. Ich wüsste jetzt nicht, also ich hoffe ja immer noch, dass die mal hier in irgendeinem Streaming-Dienst landen, der dann auch die Uncut zeigt und nicht bloß Wacker nehmen, weil... Aber ich glaube, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil ja Wacker nehmen. Außer Amazon und Netflix lang zu. Wobei ich gar nicht weiß, ob bei Netflix ich schon mal nackerte Anime-Mittels gesehen habe. Wer eine Serie kennt, wo ich nachchecken könnte, Bescheid geben. Bei Amazon weiß ich's, da habe ich schon verschiedene mal hier und da gesehen. Ich weiß nicht, ob es die gerade noch gab. Diese irgendwas mit Samurai-Mittels, wo dann eine Lulli und eine Großwumme unterwegs waren. Auch nicht schlecht. Egal. Wo bin ich? Genau. Ja, sie fahren Wettrennen. Es ist also im Endeffekt Wrave Race mit Hupen und ein bisschen Klamotten verlieren. Mich hat es gut unterhalten. Bumsratte ist dann nämlich wieder da. Der Bumsratte meint nämlich, ja, er ist wieder da. Bussi, Gespenst, 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 Gespenst. Okay. Er meint dann, die fahren eine Runde Jetski und dann gibt es Lesbenspiele. Ja, nicht ganz. Also befummelt wird da eigentlich ziemlich wenig bis gar nicht. Also wenn du Lesbenspiele haben musst oder willst, dann schau dir Valkyrie Drive Mermaid an. Da dreht sich die ganze Serie gefühlt drum. Das ganze Grundprämisse von dem Ding ist so, oh Gott, nee. Ja, genau. Übrigens, das auch, ich habe die Tage, ich lese mich ja gerade durch Aokana, wo dann in einer der nächsten Ausgaben auch der Anime besprochen wird, der furchtbar harmlos ist. Und das Spiel ist ja auch in der Konsolenversion auch furchtbar harmlos. Ist aber ab 18. Ich kapiere nicht, warum das ab 18 ist. Ich habe nicht gesehen, Moero Crystal Age, wo das ganze Spiel ja drauf fußt, dass man leicht, sehr knapp betextillierte Monstermädels berubbelt, handgreiflich berubbelt auf dem Touchscreen. Das ist ab 16. Was? Ich kapiere es nicht. Wie kann das sein? Gut, das liegt auch an ihr wahrscheinlich, also diesem Online-Rating-System, wo man so sich die Wertung quasi aussuchen kann. Aber es passiert ja trotzdem immer wieder mal ganz gerne, dass ein Spiel dann in Deutschland oder auch im PG-Raum mal wieder vom Nahtplatz verschwindet, weil jemand doch gesagt hat, Leute, eure Wertung passt mir nicht so ganz. Das kann man nachlesen, aber ist ja egal. Jedenfalls merkwürdig, was an Aokanas Problem sein soll. Also 16, absolutes Maximum, was ich dem draufsetzen würde, weil die Handvoll Panty-Shots, die man sieht, die sind sowas von harmlos. Aber es ist halt so. Beim anderen Spiel sieht man, da geht es ja auch nur um Pantys die ganze Zeit. Aber egal. Was haben wir hier noch? Weiter geht's. Dann hat sich der Herr Bumsratte durch irgendwie meine Historie der Eating-Videos geguckt. Nicht-Eating-Video Nummer 1, Nummer 55 und Nummer 150. Hast du da irgendwie gelost oder wie kommt man da drauf? Zum Einser meint, mein Bart sieht sehr kurz aus. Ja, natürlich, jetzt könnte ich sagen, das war ja auch vor drei Jahren, aber ist natürlich Quatsch. Es kommt vor, dass ich mich rasiere. Wenn du meine fantastischen Videos hier auch intensiv verfolgst, müsste dir auch aufgefallen sein, dass ich die letzten Monate und Jahre immer wieder mal verschiedene Bartlängen trage. Ja, das ist so. Dann meint er, zum Social Eating 55 waren die Puramal Spicy Banana Chips. Das war, glaube ich, diese fiese Geschichte, die ein bisschen abgelaufen sind und das hat man denen ja auch angeschmeckt. Er meint, probier doch mal diverse Eissorten. So sage ich, ja, Eis ist ja nicht schlecht. Natürlich. Aber, ähm, ne, ich weiß nicht. Wäre natürlich ein Betätigungsfeld, weil irgendwelche nichtssagenden Eissorten kaufen und schenken, nach was schmecken sie jetzt wirklich. Aber, ich weiß nicht, Eis ist halt so vergänglich, ne? Also, hm. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich finde halt so normales Knabberzeug, was man nebenbei essen kann, ohne, dass man es verzehren muss, bevor es einem dann zerfließend in die Couch oder sonst was versaut. Ähm, praktische oder normale warme Mahlzeit, die ja dafür gemacht ist. Aber gut, mal abwarten. Und dann meint er noch zu dem Sol und Mar Tortilla Con Corrito vom Lidl. Das war dieses Press-Teig-irgendwas-Dingens. Wie kann man sowas nur essen? Kurz. Ich kann dir sagen, nö, es hat ganz ordentlich geschmeckt. Ein bisschen nach Plastik zwar, aber es war ganz gut. Sieht man ja auch im Video, ne? Äh, und dann haben wir noch meinen, hier übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, dann wird es aber langsam Zeit. Wie gesagt, es gab die Kandagawa Jetgirls, die übrigens lustigerweise, jetzt sage ich mal, ein Original-Thumpnail benutzen konnte. Ich habe den Eindruck, da haben mehr Leute draufgeklickt. Ich weiß auch nicht, warum. Weil jetzt haben wir eine fröhlich reinblickende Jetbike-Fahrerin mit ihrer Beifahrerin. Und vorher hatten wir eine Großaufnahme von einem Ausschnitt, der gerade zugezogen wird von so einem hautengen Overall. Also ich habe keine Ahnung, was da jetzt den Unterschied ausmacht. Aber, tja. Ja, das hier und auch ein neues Unboxing von einem schicken Musikgedönsens, wo ich enttäuscht bin, dass so wenig Leute geschaut haben. Pfui. Ich kann übrigens auch hier schon an dieser Stelle anmerken, für die nächsten zwei bis drei Wochen sind Videos vorgesorgt. Schon, hui, toll, gell? Also nicht alles super sensationell. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich, ich meine, wer hier zuschaut, soll es nicht inzwischen kapiert haben. Dass es das ja eh nicht gibt. Aber es kommt ein bisschen was unter der Woche. Jai. Genau. Also nehme ich hier das Back-in-Time-Symphonic-Collection-Set mit symphonischer Aufnahme von C64-Sachen. Da meint der MD-Elite, ganz, ganz, ganz vorwitzig, naseweisig. Er dachte, ich mag keine 8-Bit. Da habe ich wohl gelogen. Und irgendjemand hat dir einen Daumen hoch auch noch gegeben. Ihr Penner. Ähm, ja, gut. Okay, zugegeben, C64 ist auch 8-Bit-Technologie. Aber, jetzt sind wir mal realistisch. Das Ding stammt von Ende der 70er Jahre. Das sind also ewig her. Das ist gefühlt eine Welt, eine ganze Ära vor den eigentlichen 8-Bit-Geräten, die man natürlich als 8-Bit-Geräte versteht. 8-Bit-Geräte sind logischerweise Master System und NES primär. Ich müsste jetzt lügen. Ist die PC-Engine 8-Bit? Das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube es fast nicht. Dazu sieht es jetzt so gut aus. Das sind 8-Bit-Geräte. Heimcomputer, die zwar auch theoretisch 8-Bit sind, die fasst man so nicht auf. Wobei, ich überlege gerade, Amiga war 16-Bit, oder? Jedenfalls, natürlich, C64 ist was anderes. N.E.S. und vor allem N.E.S. und Master System ist bäh. Jawohl. Ähm, gut. Soviel dazu. Kommen wir zu den ehemals. Mache ich die in Reihenfolge des Eingangs und fasse die Gesplitterten zusammen, was dazu führt, dass heute der Cookie den Auftakt gibt. So. Ähm. Hallo Ulrich. Einige Bäcker außerhalb Bayerns haben Semmeln. Ja, die haben es halt kapiert. Das ist richtig. Die sind zwar okay, wobei er normale Brötchen besser und Roggen-Körnerbrötchen und etc. um Welten leckerer findet. Wow. Aber ich bleibe dabei. Semmeln und Brötchen sind eigentlich das Gleiche. Sie heißen bloß unterschiedlich. Und allein durch den wohlklingenden Namen sind natürlich Semmeln im Vorteil. Ähm. Roggen und Körner. Also so Körnerzeug mag ich nicht so sehr. Außer halt auf meinen Hamburger-Semmeln. Der weiße. Was ist es? Wenn ich jetzt sage, Sesam liegt wahrscheinlich massiv falsch, oder? Jedenfalls das weiße Zeug auf den typischen Burger-Semmeln. Das ist ganz okay. Sonst brauche ich nicht unbedingt so Zeugs. Naja. Vikings war anfangs ganz gut. Wurde ab der vierten Staffel aber deutlich schlechter und nicht mehr sehenswert. Naja, wie es halt so oft bei Serien ist. Ich habe zu meinem bedauern, ist da falsche Ausdruck. Ich habe aber auch Suits zum Beispiel, weil mir das bei Netflix jetzt immer wieder mal vor die Augen geknallt wird. Da habe ich auch fünf, sechs Staffeln geschaut und dann bin ich irgendwie vom Glauben abgefallen. Blöd gesagt. Aber ja, habe es dann halt irgendwie gelassen. Ich weiß auch nicht ganz wieso. Ich meine, dann war dann Gina Torres irgendwann mal weg. Okay, ob es dann wirklich noch so gut gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber, ja. Nun ist halt so, ne? Eine 30.000 Euro Couch kann man machen. Dazu wäre mir eigentlich das Geld zu schade. Das denke ich mir auch immer, auch bei anderen Sachen. Ich meine, es ist ja auch ohne Probleme möglich, in Heimkino-Equipment fünf- bis sechsstellige Beträge zu stopfen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich den Unterschied wirklich so wahrnehme, dass ich es in irgendeiner Weise vor mir selbst rechtfertigen könnte, so viel Geld verschwendet zu haben. Aber, ja. Gehen tut es natürlich. Klar. Wer war der, der noch mal Saints Row the Third spielt? Ja. Gut. Wie gesagt, ich meine, die Auswahl ist ja nicht so gut. Und wenn ich jetzt irgendeinen beliebigen Namen nenne, ist die Trefferquote, die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege, auch gar nicht mehr so schlecht. Ist ja bei 15 bis 25 Prozent, je nachdem, wie viele unterwegs sind. Aber gut. Ja, das ist nach wie vor, ich hätte keine Lust drauf. Muss ich einfach zugeben. Ich habe auch zum Test keine Lust drauf gehabt. Und ich habe es jetzt dieses und letztes Jahr zweimal getestet. Aber, naja, egal. Der zweite Kingsman ist kein Prequel und trotzdem sehr gut. Sollte ich mir mal auf Netflix geben. Ich habe, meine ich, auch die Blu-Ray. Also ich könnte es mir auch jederzeit mal so geben. Aber wie halt so vieles, ja, besitzen und dann anschauen sind zwei Paar Stiefel. Aber ich probiere es mal irgendwann. Die Animes könnten auch in den 90ern bei Vox angefangen haben. Jeden Donnerstag gab es ein 80er oder 90er Anime, sogar synchronisiert. Ja, sogar. Zum Bedauern der echten Fans, glaube ich, wahrscheinlich eher. Weil damals waren die Synchros ja auch, uff. Ich kann mich vagerinnern, dass Agent Eika lief. Aber das war wohl eher noch später. Das war ja auch der Pantyshot-Anime schlechthin damals. Von seinem Lagen nach war das noch vor MTV. Es könnte sein. Also ich will es nicht ausschließen. Viel um wird nicht sein, aber es ist gut möglich. MTV war halt auch mehr so die Seriengeschichte, glaube ich. Ich habe vage im Kopf, dass es bei Vox eher filmen. Ich kann mich an Vox noch daran erinnern, dass sie mal irgendwann für die Nacht irgendeinen durchaus sehr namhaften Schweinkram-Film angekündigt hatten, wo sich dann, das war in der Frühzeit, wo man jetzt schon ewig her, dass man sich dann gedacht hat, wie soll das denn gehen, liebe Leute? Und tatsächlich war es dann die geschnittene Fassung, die dann irgendwie, glaube ich, 10 Minuten statt 35 lang war oder so. Aber hauptsache ankündigen. Ja, nee, es kann sein, das ist richtig. Ultraman gab es im letzten 80ern als richtig gut synchronisierten Film bei uns. Echt? Okay. Ich habe jetzt auch irgendwo, gab es nicht irgendeine Fernsehserie, die Ultraman hieß, aber ein anderer Ultraman war mit Jerry O'Connell oder so ein Käse. Okay, möglich. Ultraman war es nicht, das war wieder was anderes, das weiß ich noch. Aber ist ja auch egal. Mein Gott. Nintendo Mario 35 war ganz okay. Also es ist direct. Er findet nur viele alte Titel, die gerade neu aufgewandelt werden, sehr teuer. Ja, es ist ja Nintendo. Und es ist Mario. Ich meine, da brauchst du dich nicht wundern. Ich finde auch den ganzen Rest sauteuer. Ich meine, nur 130 Euro für so ein blödes Card. Nee, danke. Aber die Fans werden es kaufen. Genau das. Und schade, dass bei der All-Stars-Collection Galaxy 2 fehlt. Sehr wohl. Das ist sehr eigenwillig und nicht so recht nachvollziehbar. Nach wie vor. Keiner weiß warum, ob Nintendo das jetzt so totschweigen möchte. Aber Tatsache, sie machen es. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. Wir werden es nicht rausfinden, glaube ich. Naja, gut. Nächste Hälfte der E-Mail dann. Was sage ich zum Release und Preis der Xbox Series X und der Series S? Hat die Series S in meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung? Naja, mal was sage ich zum Release. Der war, November war ja weithin klar. Der Preis. Ich finde es, auch das war ja irgendwie auch schon gerüchtetechnisch unterwegs. Ich finde es interessant. Also das mit, dass die S so ein kleines Ding wird, das wusste ich tatsächlich. Wurde mir gesteckt von ganz Top-Secret-Quellen mal. So mehr oder weniger zumindest. Und deswegen war ich da jetzt nicht so überrascht. Überrascht war ich jetzt natürlich über die Art und Weise, wie es gelaufen ist. Und wie man ja inzwischen gesehen hat, Phil Spencer sagt ja, eigentlich hätte diese Ankündigung erst nächstes Mal passieren sollen. Das wäre für uns jetzt schlecht gewesen, weil da, wenn das Ding wieder einen Tag nach Heftschluss angekündigt würde, da ärgert mich sich doch ein bisschen mehr drüber. Mal gucken, was Sony jetzt anstellt. Aber, ja, also ich finde, es ist sehr merkwürdig irgendwo. Ich meine, die Strategie mit und ohne Laufwerk und Preisunterschied, das finde ich nachvollziehbar in der heutigen Zeit. Müssen wir nicht rumtun. Aber diese unterschiedliche Performance, die finde ich für den Arsch. Also die S ist für mich für den Arsch. Für mich selber. Total für den Arsch. Schwächeres Gerät, wo, also ich habe das ja oft genug im Laufe der Jahre gesagt, dann natürlich sind das 200 Euro Unterschied. Das ist natürlich auch, 200 Euro ist schon nicht so wenig. Das ist richtig. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, wie nutzt das Teil fünf Jahre, dann möchte ich doch nicht fünf Jahre die minderwertige Qualität. Und irgendwann, wenn wirklich jemand mal anfängt, die Series X auszunutzen, dann wird die Series S ja nicht so nachkommen. Ich meine, dann kann man auch wirklich gleich bei der alten Xbox bleiben, wenn einem das egal ist, finde ich jetzt. Ich finde auch diese unsägliche Logik, dass man die Series, äh ne, die Xbox One S weiterlaufen lässt. Die ja jetzt, was hat die für ein UVP? Auch nur ein Hunder oder weniger, glaube ich. Also die, die bräuchte es dann echt nicht mehr. Also es ist alles, nein, also ich finde, sie hat eine Existenzberechtigung. Ich finde, der Preisunterschied macht einiges gut von der fehlenden Performance. Für mich ist es aber gar nichts. Und was mich persönlich massiv annervt bei diesen Dingen sind die geringen Speyergrößen. Also, dass jetzt so eine, dass die essen ein halbes Terabyte, das ist lächerlich. Da passt nichts drauf. Ich meine, ich habe natürlich auch Leute in meinem beruflichen Umfeld, die auch meinen, das ist doch alles, das ist doch alles Blödsinn. Wer braucht schon mehr als fünf Spiele installiert so ungefähr? Dann muss man halt neu installieren. Ja, toll, mach mal. Vor allem, wenn dein Internet super schnell läuft und oder abends zum Beispiel gedeckelt ist, wie es bei Sony ja bei mir permanent begegnet. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. Am Vormittag kann man super runterladen. Ne, das ist kacke. Und auch, wenn das alle sagen, ja, in Zukunft werden die Fallgrößen wieder viel kleiner, weil ja alles viel besser geht und optimaler. Ja, das glaubst du auch erst, wenn ich es wirklich gesehen habe. Dann, selbst daran bin ich sehr skeptisch. Ich habe zum Beispiel, Musterbeispiel, ab alle paar Tage lasse ich mal meine Xbox nach Updates suchen und lasse sie dann laufen zur Gaudi, damit es nicht unbedingt passiert, wenn ich ein Spiel vielleicht doch mal spielen will. Also das mit dem automatischen Updaten, das funktioniert nur irgendwie sehr sporadisch. Ist irgendwie wie bei der Playstation. Scheinbar gilt das auch nur für neuere Spiele. Ich bin mir auch nicht, man wird ja nicht schlau draus, weil der Playstation ist ja definitiv so, dass nur automatisch werden nur Spiele geupdatet, die man entweder die letzten X oder die letzte Zeitraum X gespielt hat. Das ist ja Tatsache. Das kann man ja nachvollziehen. Bei der Xbox weiß ich es irgendwie nicht, aber da wirkt es auch fast so inzwischen. Und dann, ja, so, oh ja, wieder ein Stapel, ach, so, guck mal, Outdoor Worlds wird geupdated. Also das Ding von der Private Division Titel. Ich verwechsel mal Outdoor Worlds und Worlds, aber ihr wisst schon das Große. Ja, Update. Da kam jetzt die Woche ein DLC raus. Okay, den ich nicht gekauft habe. Ist ja auch egal. Und der DLC ist wieder 10 Megabyte groß. Was heißt, das ist bloß ein Unlock Key. Super. Naja, gut, Update. Denkt man sich nichts bei. Ja, Update-Größe 45 Gigabyte. Äh, okay. Wie groß ist das Spiel eigentlich? Ach so, um die 45 Gigabyte? Ja, okay. Äh, das ist doch scheiße, sowas. Ich meine, das ist beschissene, schlecht gemacht, schlecht optimierte Update-Logik, so nach dem Motto, wie immer schön zitiert wird, why because fuck you, that's why. Das ist um ein Vince McMahon-Zitat rauszuziehen. Ist uns doch egal, dass eure Festplatten kackvoll sind. Ich meine, auf der Xbox ist es noch ein bisschen weniger dramatisch, weil ja nicht zum Installieren ein elend großer Platz frei sein muss, wie bei der Playstation, wo man dann gerne mal 10 Megabyte nicht runterladen kann, weil bloß noch 50 frei sind, so ungefähr. Das kennt ja jeder, glaube ich, mit einer Playstation, sollte man meinen. Aber trotzdem, das ist einfach kacke und das weckt mich auf und doof und deswegen mag ich kleine Platten auch nicht. Ich meine, ich sag dann eher, was ist dann? Und dann kannst du ja auch einen iPod kaufen mit nur 2 Gigabyte. Du musst halt vorher auswählen, welche 5 Platten du jetzt wahrscheinlich die nächste Ewigkeit hören willst. Ne, da gibt's ja Spotify. Ja, ah, ne. Aber bei Spielen gibt's das halt nicht. Klar kommt jetzt xCloud, aber es ist nicht das Gleiche. Da hab ich nicht alles zur Verfügung, was ich möchte oder was ich besitze, sondern nur, was mir halt angeboten wird. Bei Spotify zugegeben auch, aber da ist ja das meiste auch drin. Das ist wieder ein bisschen anders. Naja, wie auch immer. Wann denn in welchem Film würde ich wieder ins Kino wollen? Um ganz ehrlich zu sein, tue ich mir schwer, überhaupt vorzustellen, wieder unbedingt ins Kino zu wollen, weil einfach ich mit zunehmendem Alter einfach mich die Begleitumstände, ich wäre immer fauler und immer intoleranter gegenüber nervigen Menschen. Äh, deswegen ist Kino natürlich so quasi, äh, da, die Antithese davon. Da sind viele Leute, die, also wenn was los ist, viele Leute, die Chance, genug Leute da sind, die einfach nerven, ähm, quasseln, Licht, irgendwas, scheißen, Dreck, äh, wenn das Kino voll ist, eng, egal ob jetzt wieder oder nicht. Ich mag's nicht unbedingt, wenn neben mir jemand sitzt und mich mit dem um die Armlehne streiten muss, ähm, um dessen dann halt eine halbe Stunde vorher kommen, sonst ist da eine Karte nicht mehr reserviert oder vorher kaufen, am besten für 50 Cent Aufschlag, weil ja vorab kaufen automatisch, äh, mehr Aufwand bedeutet für das Kino. Ja, fickt euch doch, so ein Scheiß, äh, und so weiter und so fort und die Werbung. Also, ich wüsste jetzt nicht, ich meine, wenn ich so Kino als Gruppen-Party-Erlebnis mit, mit Freunden und Familie wäre was anderes, aber hab ich in der Form halt nicht, plane ja auch nicht, ähm, ihr wisst jetzt nicht, ich meine, tradition, traditionell hab ich immer die Fast & Furious-Filme noch angeschaut, selbst wo ich, also auch den achten noch, aber Hobbs & Shaw hab ich dann auch schon nimmer geschaut, weil ich zu faul war. Das wär jetzt vielleicht einfach was, weil es halt immer so war, aber sonst könnt ihr jetzt echt keinen sagen, unbedingt. Was soll ich zur Insolvenz des Pashas? Äh, wusste ich gar nicht. Ich meine, ich nehm schon an, dass Pasha, wir reden von dem Megapuff in, wo ist es, Köln? Gab's in München auch einen Pasha? Die Werbung hat er gesehen? Äh, wusste ich gar nicht. Ja gut, die haben jetzt natürlich eher wenige schlechte, schlechte, äh, Verdienstgrundlagen die letzten Monate, logisch. Ich hab, mir flattern auch ab und zu mal auch Artikel vorbei bei Spiegel oder sonst wo, was jetzt ist, ob jetzt Prostituierte schon wieder arbeiten dürfen oder nicht, denke ich mir auch fröhlich, äh, ja, äh, bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob das eine tolle Idee ist jetzt aktuell für alle. Aber gut, ähm, ja, was sag ich dazu? Ja, doof irgendwo. Sicher, also auch sicher nicht im Sinne des Erfinders, wenn das einigermaßen kontrollierbare Gewerbe in Pleite geht und die Leute dann wieder irgendwie halt ausweichen in den Untergrund oder halt irgendwie in die Nischen, wo man dann wieder alles Mögliche nicht mehr nachvollziehen kann und nicht unbedingt gesund ist. Naja, was weiß ich. War ich schon mal im Pasha oder im Kölner Dom? Also wenn ich im Pasha gewesen wäre oder auch, würde ich sicher nicht zugeben, denke ich, nach wie vor. Da bin ich, äh, Spießer geduck. Ähm, und Kölner Dom? Ne, war ich auch nicht. Also so kirchliche Sehenswürdigkeiten und so bin ich nicht so, da interessiert mich nur begrenzt, sag ich jetzt mal. Dazu müsste ich, in Köln war ich eine Handvoll Mal, aber im Dom war ich tatsächlich nie. In Köln, also außerhalb der Messe, was natürlich wieder eine andere Geschichte ist. Ne, war ich nicht. Ich war immerhin am Rhein ein paar Mal. Wow. Wenn schon sonst nichts. Wie gefiel mir die Ubisoft-Vorwalt-Präsentation? Langweilig. Ähm, ja, nun. Gut, also das Immortals hat einerseits reizvoll, andererseits irgendwie komisch. Es sieht natürlich aus, massiv, wie Zelda, äh, Birth of the Wild, irgendwas gemischt mit. Dieses Kampfsystem wirkt mir irgendwie zu hektisch, äh, aufwendig, wenn ich so will. Außer man kann nur Knöpfchen hämmern. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Schwierig. Also ich, an sich finde ich es interessant. Aber ich finde es auch ein bisschen zu Nintendo-Look. Der, ein bisschen zu cleaner, sauberer, zu hoch aufgelöster Nintendo-Look. Also, ja, aber gut. Also es könnte aber, also an sich, fand ich es durchaus viel versprechen, was ich da gesehen habe irgendwo. Ähm, Prince of Persia ist zum Wegrennen. Also ich habe heute gesehen, es gibt jetzt inzwischen, dass die Studios in Indien erklären, warum die Grafik so aussieht. Ich habe es nicht intensiv gelesen. Du, man kann mir keinen, für mich, äh, akzeptablen Grund nennen, warum die Charaktere so unfassbar kacke aussehen. Die schauen aus, als ob eine PS3 schon drüber lachen würde. Also es gab ja mal Sands of Time, den, den Remaster im Rahmen der Trilogie auf der PS3 und der 360, äh, da sehen die Charaktere besser aus. Und das sagt schon vieles, weil das war kein besonders gut gemachtes Remake, äh, Remaster. Dann, dass das Ding Remake heißt, obwohl es aussieht wie ein schlecht, wie ein lieblos hingerotztes Remaster, optisch zumindest, von dem, was man gesehen hat. Also, und spielerisch verändert sich also ein bisschen was so, das wiederum will ich doch eigentlich gar nicht. Sands of Time war wirklich super. Das, das könnte man eigentlich mehr oder weniger so lassen. Also, oder ganz zaghaft nur anpassen, so wie Tony Hawk zum Beispiel. Aber der Look, also der Prinz und das Mädel, furchtbar. Also, nee, gar nicht. Was hatten wir sonst noch? Viel Blabla, irgendwas, lalala. Ja, das, dieses, dieses MMO, Steep trifft Trials. Wir sind super hippe Checker und rebellieren, indem wir Sportler sind, gedönst. Ich finde das, die Idee ist cool, aber das, ja, wir sind eigentlich ein MMO quasi. Und wir sind so cool und trendig, das, das stört mich ein bisschen. Und ich meine, mal abwarten, vielleicht wird es ganz cool, aber das ist also, ja, also, irgendwo, ich habe mir, ich weiß auch nicht, ob ich mehr, ja, ich habe mir mehr erwartet. Aber ich, ein bisschen, es war besser als das letzte zumindest. Mindest, wobei mir gerade einfällt, vom neuen Rainbow Six haben sie wieder gar nichts gezeigt, gell? Hm, ja. Aber, ja, war so, nö, ging. Habe schon Schlechtes gesehen. Also, wenn ich, ganz ehrlich gesagt, das EA-Ding zum Beispiel war schon schlechter. Aber, naja. Glaube ich dann, dass die Switch tatsächlich 4K schaffen wird, oder habe ich Zweifel in der Power der ominösen Switch Pro? Ähm, die normale Switch schafft, die kann sie ja nicht schaffen, wie denn? Die ist ja nicht drauf ausgelegt. Äh, ich halte es auch für überflüssig, ganz ehrlich. Also, ich bin mit 1080 einmal frei zufrieden, persönlich, immer noch. Äh, ich glaube, dass die neue ominöse Switch Pro, wenn sie kommt, schon irgendwie, 4K kommt raus und das Ding wird halt hochskaliert. So wie halt auf einer PS4 Pro oder sonst was. Aber halt, das muss halt überhaupt erst mal können. Und ich meine doch, also gut, beweisen kann ich es nicht und vielleicht täusche ich mich jetzt auch fundamental, aber ich meine, die normale Switch könnte es überhaupt gar nicht. Ist nicht drauf ausgelegt, auf so einen großen Output. Aber, ja, wenn da so ein neues Ding mal kommt, dann wird es das schon können. Aber wollen wir es, brauchen wir es? Nein und nö. Aber egal. Sekt oder Seltas, Roggen oder Körnerbrötchen? Ja, das hatten wir ja vorhin irgendwie ein bisschen, ähm, ja, ich könnte jetzt ehrlich gar nicht unterscheiden. Also, ich meine, Körner sind ja, Körner ist ein bisschen sehr, äh, weit, weitläufiger Begriff, allumfassender Begriff, was für Körner, welche Körner. Ähm, ja, Roggen, ich könnte jetzt gar nicht mal sagen, wie Roggen schmeckt. Sicher habe ich schon Trockenbrot gegessen, aber nicht so oft, dass ich jetzt automatisch habe, ah, so schmeckt. Ähm, wahrscheinlich aber eher Körner im Zweifelsfall, weil da ist mehr Flexibilität gegeben. Aber im Prinzip brauche ich wieder noch tiefer oder flacher Teller. Das hängt davon ab, was man isst. Ich meine, für eine Suppe wäre ein tiefer Teller schon eher sinnvoll, oder? Und auch wenn man zum, für einen Schnitzel oder sonst was zum Schneiden, da ist ein flacher Teller natürlich praktischer, damit man am Rand rum sägt. Also, hängt davon ab. Glas oder Tasse, auch das ist wieder unterschiedlich. Äh, wenn ich ein Glas für Kaltgetränke oder so, ist ein Glas einfach logischer. Für, für Heißgetränke ist ein Henkel, wo man greifen kann, praktischer. Also, dann eine Tasse. Tja. Fürs Fünf mit Laufwerk oder Xbox Series X, äh, die Frage stellt sie für mich nicht. Beides natürlich. Ähm, weil, ja, wenn, dann schon das High-End-Modell, fertig. Und natürlich beide, weil einfach aus Prinzip, weil ich, ja, nicht, also selbst wenn ich es nicht beruflich mir Vorteile bringen würde, eine zu haben, würde ich es mir trotzdem beide kaufen. Weil ich, ich plan, äh, also ich liese immer so, ich kaufe mir erst X und Y, sondern wenn ein paar gute Exklusivspieler sind. Ich sehe es nicht ein. Es gibt, bei jeder Konsole kommt immer irgendwo irgendwas, was einen doch so interessiert, dass man spielen möchte. Und ich sehe nicht ein, warum ich dann darauf spekulieren soll, dass es im halben Jahr 50 Euro billiger ist und dann erst, das ist Quatsch. Dann kann man, dazwischen kann man viel zu viel verpassen. Also gerade bei der Xbox jetzt über Game Pass, hast recht, weil dann kann man die Sachen ja auch einfach mal so, das zum Beispiel, was diese Woche erschien, ist das Hotshot Racing. Ähm, ist leider lang nicht so gut, wie man sich es vielleicht gehofft hätte, wo man denkt, oh, Virtual Racing ist neu. Das hat seine Macken, es ist schon okay, aber 20 Euro, nicht 20 Euro okay, sondern einfach Game Pass okay. Also da ist super Sache sowas. Runterladen, spielen, wenn es einem gefällt, super, wenn es einem nicht gefällt, die paar Minuten kann man verkraften, top. Also, aber wenn ich 20 Euro dafür ausgeben muss, könnte, laufe ich Risiko, dass ich mich hinten nach drüber ärgere. Also, sowas. Und bei der Playstation, da kommt immer was. Also, ja. PS5 ohne Laufwerk oder Xbox Series S? Ähm, wenn ich mich für eine ohne Laufwerk entscheiden müsste, dann natürlich die PS5, weil die die kleinen Tech-Specs hat. Alleine deshalb schon. Eine Xbox Series S ist eine kastrierte neue Xbox, die weniger leisten kann, auch noch. Warum soll ich? Sehe ich nicht ein? Nee. Aber natürlich, normalerweise weder noch, weil ich ja die mit Laufwerk haben möchte. Gerade bei der CSR, also, jemand, der jetzt schon alte Xboxen besessen hat und tendenziell kompatible Spiele besitzt, wäre ich doch verscheuert, wenn ich kein Laufwerk habe. Aber, wenn ich sie wirklich mal spielen will, logischerweise. Aber trotzdem. Ja. Pudding mit oder ohne Haut? Ähm, prinzipiell immer ohne. Weil mit, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, ich kann einen Pudding nicht essen, wenn eine Haut drauf ist, aber ohne ist schade. Schon sympathischer, gar keine Frage. Salz oder Pellkartoffeln? Äh. Kann ich dir nicht sagen, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß. Ich glaube, wir haben immer nur Pellkartoffeln. Habe ich überhaupt schon Salzkartoffeln bewusst mal gegessen? Könnte ich jetzt nicht sagen. Und wenn und wann und wie und ob. Und deswegen muss ich das so stehen lassen. Eistee oder Eiskaffee? Schwer zu sagen. Ich habe weder noch so richtig in meinem Leben schon genossen. Ich habe, glaube ich, Eiskaffee auf der Gamescom ab und zu mir kredenzen lassen, wenn man bei irgendeinem Business Center stand, auf seinen Termin gewartet hat. Das war ganz lecker. Eistee ist, glaube ich, ein bisschen halt eher halt, ja, wie kalter Tee. Der schon schmeckt, aber nichts Besonderes ist. Aber, ja, schwer zu sagen. Aber grundsätzlich mache ich Tee eher als Kaffee, so gesehen. Chetchi Holzfällerin oder Dio Extreme Holzfällerin? Ja, auch das ist keine Frage. Natürlich sind die, die guten Strandmädels schon ein bisschen, haben halt, es sind, äh, haben halt ein bisschen mehr. Wobei die, die Kandagawa-Mädels haben schon auch überwiegend ihre Reize, aber halt nicht im Spiel. Das schon gleich gar nicht. Dirt 5 oder Project Cars 3, ja. Ich habe ja Dirt 5 noch nicht gespielt. Außer diesen unsäglichen Playgrounds-Modus, den kann man mal hochkant vergessen. Scheiß drauf. Braucht kein Mensch. Ähm, deswegen kann ich das jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Ich habe aber sehr wohl Project Cars 3 natürlich gespielt. Ähm, lang genug und kann sagen, ja. Also, ich will doch schwer hoffen, dass Dirt 5 ein ganzes Stück besser ist. Sonst wäre ich hochgradig enttäuscht. Äh, Cars 3 ist irgendwie so ein Kuddel-Muddel zwischen, wir wollen nicht Sim sein, aber auch irgendwie nicht wirklich Arcade. Und eigentlich gerne Need for Speed Shift mit den gleichen Vor- und Nachteilen von damals. Äh, also ne. Schade. Und außerdem sieht es nicht wirklich sexy aus. Und da bin ich bei Dirt 5 auch einigermaßen optimistisch. Auch da der Playgrounds-Modus hat der auch Tearing, was ich gruselig fand. Aber, naja. Red Dead Redemption 2 oder das ARD-Testbild? Naja, so schlimm ist Red Dead jetzt auch wieder nichts. Das Testbild kommt doch überhaupt gar nicht mehr, oder? Wann ist das letzte Mal das Testbild ausgestrahlt worden, wenn nicht gerade eine Bildstörung war? Ähm. Also Red Dead 2, ich hätte gerne meinen Spielstand wieder, der unwiederbringlich verloren gegangen ist, dass ich einfach so halt durch die Gegend eiern und mir anschauen könnte, was ich aktuell nur begrenzt kann, weil ich ja noch mitten im Spiel bin. Also ne, bei ungefähr 20% natürlich dann der ganze Bereich in New Mexico nicht offen ist. Und da, äh, und online will ich nicht, um Gottes Willen. Aber, ja, da will, mei, da würde ich für dann doch eher Red Dead vorziehen. Weil aussehen tut es ja schon sehr hübsch. Ich glaube, das kann man wirklich wertfrei sagen, ohne dass man den Rest gut oder schlecht finden muss. Aber egal. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Momentan sieht es nicht so aus, aber wir sind noch in einem tolerablen Temperaturbereich, den der Anfang, der in der nahe rückende Herbst, sagen wir mal besser, mit sich bringt. Bei Animal Crossing ist ja schon Herbst, aber hier bei uns natürlich noch nicht. Tja. Gut, mal schnell einen Schluck trinken. Mhm. So, weiter geht's. Da Tokio ist der Nächste. Dann wollen wir mal, das ist jetzt, okay. Jetzt wird's wieder mal ein bisschen länger. Hat wohl jemand Zeit gehabt. Hallo, und ich heute in zwei Monaten also erscheint Microsofts Next-Gen-Antwort. Nach dem ganzen Geheimnis-Gremia-Zirkus, den Microsoft so nie betrieben haben, ist, ups, jetzt hab ich den Schluck drauf, sehr gut, ist das schon eine kleine Wohltat, endlich Klarheit zu haben, zumindest im grünen Lager. Sony macht ja immer noch keine Einschreibung, mal aus dem Top-Secret-Segment an die Öffentlichkeit zu kommen. Ja, ich glaub, also ich hab, haben wir heute auch spekuliert. Passiert nächste Woche was? Oder ich hab aber auch die These, es könnte sein, dass sie das unmittelbar vor dem Vorbestellungsbeginn der Xboxen machen, das ja am Dienstag in einer Woche ist, also am 2.20. Warten wir's ab, ähm, ich mein, viel wird nicht um sein, kommt um den ähnlichen Termin, kommt zum ähnlichen Preis. Wahrscheinlich 500 Euro, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass sie mit dem Spitzenmodell teurer gehen als die Xbox. Mein Ausschließen würde ich's nicht und bei Sony würde's auch eher funktionieren als bei Microsoft, da muss man auch nicht sich nichts vormachen, aber warten wir mal ab. Also, 499 Euro für die Series X sind das, was er erwartet hat, ja, ich eigentlich auch. Also, ich fand immer die niedrigeren Spekulationen so absurd. Wir reden hier von High-End-Maschine, die höhe, die tollste, größte und schönste und leistungsfähige. Warum sollen sie es viel billiger verkaufen? Die Xbox One X hat auch 450 gekostet. Ähm, ich find 500 Euro ist ein ganz normaler Startpreis für, für Spitzen-Hardware. Auch wenn damals die PS3 hat, wie viel 870 Mark kostet. Das ist natürlich ein bisschen weniger, aber trotzdem, äh, ja. Kampfpreis ist das zwar nicht unbedingt, aber vollkommen okay, wenn man die Hardware an sich nimmt, ob man, ja, eben, und ob man in der Praxis die Paternacht zu sehen bekommt, glaubt er anfangs zwar weniger, aber über Next-Gen-würdige Optik wurde sich an anderer Stelle ja schon ausgekotzt. Ja, gut, da werden wir mal abwarten, wo es hingeht, klar, aber es wird dauern. Die Series X, äh, die Series S ist für ihn zwar gänzlich uninteressant, aber an sich könnte Microsoft damit schon ein guter Wurf gelingen. Ob Spiele jetzt in 4K oder 1080 laufen, macht nicht den großen Unterschied, wie uns die Branche immer wieder weiß, man will. Das sag ich auch immer, 1080 reicht, wenn's vernünftig ist. Vor allem, wenn die Performance reichen täte, das wär halt was. Ja, wenn Spiele auf der S flüssig laufen, kaum Absprüche bei den Details machen müssen, na, das ist wohl eher, da kann man wohl streiten. Können viele aufgrund des Preises sich von dem weißen Lautsprecher mit dem schwarzen Kreis, äh, glaubt er durchaus verführen lassen. Ja, ich glaub, also ich glaub die ganzen, ich sag mal so, die ganzen kurzsichtigen Dödels, die nur auf den Preis schauen, für die ist das sowieso das K.O., das Killer-Kriterium. Und das kann man ja nicht anders sagen, ist halt dann so. Mei, es ist vielleicht dumm, aber so sind die Leute halt. Ähm, ja. Und kein Laufwerk haben, das, wie gesagt, kann ich ja nachvollziehen, dass, ich kann das schon nachvollziehen, auch wenn ich auch nicht gewillt bin, jetzt schon zu wechseln, natürlich. Ähm, auch wenn ich es super bequem finde. Aber ich meine, ich bin halt in der komfortablen Lage, dass ich es mir oft nicht aussuchen muss, sondern, hm. Mei, ist halt schön, wenn digitale Testmuster kommen. Ähm, ja. Wenn es dann bei einem landet, natürlich, klar. Ähm, ja. Dass es sich dabei um eine rein digitale Konsole handeln, dürfte in der heutigen Zeit kaum so schwerwiegend sein, wo Musik schon fast ausschließlich im digitalen Bereich beheimatet ist. Film auf TISC sich auch so langsam im Sammlerbereich verabschieden, auch im Spielsektor der Digitalerwerb schon über 50% des Marktes ausmachen. Gerade für die heutige Jugend dürfte ein optisches Laufwerk schon fast antiquiert vorkommen. Jo. Kann man uns so stehen lassen, stimmt natürlich. Äh, wobei ich jetzt eben mein, um nochmal auf mein tolles Unboxing-Video, äh, hin, äh, an, auf mein hinzuweisen, jetzt, ich habe meine Kickstarter-Bäcker-Sachen. Wenn ich bei Kickstarter irgendwas backe, dann backe ich auch immer noch die, die, die aus einem haptischen Medium bestehende Variante mit. Sei es jetzt eine CD oder ein Buch. Gibt es ja auch meistens die Option, ein PDF zu backe, aber nee, da möchte ich schon, ich möchte das gerne besitzen. Aber das ist ja auch Sammler-Tum, klar. Muss man nicht drum tun. Ähm, ja. Nee, wie gesagt, das kann ich schon verstehen. Einziger kleiner Speyer der CS-S ist doch recht klein ausgestrahlen. Das hat man ja gerade vorhin. Er persönlich könnte aber, wenn die Next-Gen-Spiele nicht größer ausfallen, entsetzt damit ganz gut leben. Ich nicht. Ich meine, das Gute ist, dass ja die alten Spiele weiter von alten, äh, Platten laufen werden. Dann laden sie halt nicht wirklich schneller. Aber mein Gott, da kann ich, beim Spiel, wo ich mich dran gewöhnt habe, glaube ich, kann ich damit schon leben. Und zur Not kann man sie immer noch rüber hebeln. Ja. Ja, ist das. Es geht übrigens nachher Pokal an. Da muss ich ein bisschen zuschauen. Aber bin ich vielleicht vorher fertig. Oder bald. Egal. So viele Spiele hat er eigentlich nie gleichzeitig auf Platte. Zur Not kann man den Speicher immer noch ausbauen. Äh, ja. Also ich hab, wie gesagt, ich hab, da geht's natürlich schon lang nicht mehr, aber ich versuche immer, möglichst viel drauf zu haben. Zumindest bei Sachen, wo ich davon ausgehe, ich könnte mal wieder, ich bin da ja sehr so sprunghaft. Ich könnte jetzt was anschauen. Ich glaub, das ist ja auch der Grund, warum Streaming so gut funktioniert. Dass ich halt bei Netflix einfach reingehen kann und zack, ich kann aufrufen, was mir gerade einfällt. Und muss nicht vorher erst irgendwie eine Stunde warten, bis es vielleicht losgeht oder irgendeinen Scheiß. Das ist halt einfach die Sache. Ähm, und ich mag das gerne. Auch wenn ich natürlich realistisch, wenn's sein muss, sicher 80 bis 90 Prozent der installierten Spiele runternehmen könnte und muss dann halt in Kauf nehmen, dass ich dann doch einmal oder zweimal äh, nicht gleich machen kann. Ich mein, wenn's, wenn's installiert, wenn ich was anderes spielen kann, ist ja auch wieder noch okayisch. Man hängt halt davon ab. Ja. Hm. Ja, aber den Speicherausbau und das wiederum, äh, ich mein, bei den Preisen, die SSD-Sachen heutzutage kosten und das gerüchtete Preis für diesen 1-Terabyte-Dongle von der Xbox war ja was von 220 Dollar. Ich mein, nee, das, das ist jenseits von Gut und Böse an Bezahlbarkeit, das, und bis das mal wirklich in Bereiche kommt, glaub ich, wo sich's rechnet, das wird noch länger dauern. Also, das ist abartig. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, meine Meinung zu sich ist, er ist den Preisen für beide und wird am, naja, also das hat mir ja vorhin zugegeben, da wäre ich jetzt nochmal, glaube ich, wer redundant, aber hast ja, hat mir ja also vorweggenommen schon mal und wird am 10. November Urlaub genommen, um den ganzen Tag freudig die Konsole zu begutachten. Vermutlich wird mir ja in der Reaktion ja schon eher Hand anlegen können. Naja, das werden wir doch schwer hoffen. Also, ich meine, also zu 100% garantieren kann man nie irgendwas. Ich glaube schon, ich überlege gerade. Also, ich sage mal, der 10. November, ich habe unseren Terminkanal nicht im Griff, nicht im 100% Blick. Ich glaube, wenn wir es da erst kriegen würden, dann hätten wir verloren, weil die Ausgabe, die danach erscheint, dann schon in der Fertigstellung ist. Das wäre also massiv beschissen für uns. Also, wird schon klappen. Ich bin da überlegen, wann wir die X bekommen haben und die, weiß ich nicht mehr. Also, ja, nein, also ich wäre sicher nicht deswegen Urlaub nehmen. Zum einen, weil ich da, wie gerade erwähnt, einfach aus praktischen Gründen keine Zeit habe, Urlaub zu nehmen. Deadline, da kriegt man nicht einfach so für Nichtigkeiten Urlaub. Also nicht für, ich möchte jetzt daheim, aber meine Konsole spielen. Und tatsächlich, gehe ich ja davon aus, dass ich vieles davon vorher schon irgendwie gespielt oder gemacht haben werde. Ja, ich, und wenn ich jetzt privat Mensch wäre, boah, vielleicht, kann ich schwer sagen, ganz ehrlich, aber, hm, jetzt muss ich übrigens doch gerade mal schauen, was ist der 10. November eigentlich für ein Tag? Das ist ein Dienstag. Das ist ein sehr eigenträger Termin. Also ich meine, damals, wie die 360 rauskam, habe ich sie mir des Morgens, die habe ich glaube beim Saturn gekauft, lustigerweise damals noch, direkt live abgeholt und bin dann in die Arbeit gefahren, wobei auch da hat man natürlich schon lang vorher alles arbeitstechnisch schon mal gesehen, aber, ähm, das war gleich das letzte Mal, dass ich da in irgendeiner Form was besonders gemacht habe, aber, ja, schauen wir halt mal. Zum Thema Bier. Pur schmeckt das Gesöffnbier, findet auch ziemlich ekelhaft, mit Cola oder als Radler kann man es aber schon ganz gut trinken. Trotzdem würde auch ein kaltes Schlipschab jedem Bierersäugnis bevorzugen, was aber lecker ist, ist Malzbier, hat aber mit Bier an sich natürlich nichts zu tun. Ich habe mal, glaube ich, wie ich sehr jung war, Malzbier ein bisschen probiert und fand nett, dass das irgendwie besonders toll war, und, äh, aber gut. Äh, und der Knackpunkt ist, ja, Radler oder Cola-Weizen mag schon sein, aber warum soll ich die leckeren Soft trinken mit dem Bier versauen? Äh, da schmeckt dann, da hast du immer noch den Biergeschmack mit drin, der versaut doch den Rest. Ich geht, nee, nee, möchte ich nicht. Crunchyroll gibt es schon sehr lange auch auf Deutsch. Ja, das, wie gesagt, habe ich nie so verfolgt. Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber nie als aktiver Benutzer, demnach, ja. Er glaubt, letztes Jahr haben sie auch eine Partnerschaft mit irgendeinem deutschen Vertriebsfahrten eingegangen, um Serien, die vor auf Disc geschieden sind, mit ins Programm zu nehmen und umgekehrt. Das habe ich tatsächlich nachgeguckt, weil ja die, äh, das kurz mal ein Minithema in den Kommentaren war bei der Shenmue-Meldung am Samstag. Äh, mit KSM und KC oder KS oder wie man sie ausspricht, haben sie Deals. Das stimmt. Mit Peppermint weiß ich es nicht. Ich meine, mit Labeln kennen wir eh nicht so sehr aus. Ich habe nur mal jetzt gecheckt, wo, wer hat denn wohl diese und jene Serie aufgelegt, die ich gerne ins Heft hebeln möchte, wie, wie Kandagawa eben. Ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall, ja. Viele Serien wurden auch schon englisch vertont. Naja, klar, es war ja Crunchyroll in England, in Amerika groß ist. Und er glaubt auch, deutsche Synchronisierte finden sich schon im Programm. Das habe ich auch gelesen, dem ist dann wohl so. Crunchyroll produziert auch schon eigene Serien in Japan, deswegen wurden jetzt auch die Preise etwas erhöht. Ah, okay. Er glaubt sieben Euro im Monat aktuell, was aber für den Content seiner Meinung nach vollkommen in Ordnung ist. Ja, das glaube ich auch. 6 Euro okay, das kann man Anime-Kram auch bezahlen. Ähm, ja, mit Wackanim hat er sich nie beschäftigt, ansonsten gibt es, glaubt er, noch Animex zum Abonnieren. Das kann sein, das weiß ich jetzt auch gar nicht, aber Wackanim ist halt, äh, das kann man kostenfrei auch nutzen, das ist ja wie Crunchyroll quasi, oder halt bezahlt. Aber auch da habe ich mich nur ganz vage mit beschäftigt, weil ich halt ab und zu mal Pressemitteilungen dazu vorbeiflitschen sehe oder halt eben, wenn man mal es konsequent sucht, aber, ja, da, aber, ich weiß gar nicht, ob es eine Wackanim-App gibt für Kontrollen. Ich vermute es mal schwer, aber ich habe es nicht geschaut. Auf Amazon Video gibt es aber auch schon eine sehr große Auswahl mittlerweile, die ändert sich halt dummerweise auch immer dann, wenn man es nicht vermutet, habe ich ja auch schon ab und zu gemerkt. Aber man hat letzte Woche mal wieder geschaut, was es neu ins Programm geschafft hat und da waren schon ein paar, zwar ältere, aber namhafte Serien dabei, das auf jeden Fall. Immer wieder, wie gesagt, Super Sonic Co. zum Beispiel liegt auf, äh, Amazon. Problem hier ist aber, dass man nicht selten nur eine Sprachfassung angeboten wird. Das ist richtig, äh, meistens halt Deutsch. Und wenn man Pech hat, kein Japanisch, dann muss man halt mit Deutsch leben. Ich glaube, Steinsgay, äh, halt lügisch, Steinsgay ist auf Netflix. Ähm, ja, also Sonico, glaube ich, ist nur auf Deutsch, aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen, aber ja, das ist unterschiedlich. Und da er kein Netflix hat, kann er dazu natürlich auch nichts sagen. Also Netflix hat auch sehr, sehr viele Animes, auch eigene, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch namhafte. Ich glaube, Steins, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, Steinsgay ist inzwischen auf, äh, Netflix angekommen. Girls und Panzer gab es auf jeden Fall eine ganze Weile auf Netflix. Und da ist es auch sehr schwankend. Es gibt diverse Sachen, wo mehrere Sprachfassungen haben oder auch tatsächlich mal nur Deutsch. Das sind halt offensichtlich auch Rechts-Lizenzfragen, aber, also man kriegt auf jeden Fall genug Auswahl zusammen, auch ohne die Spezifischen, finde ich jetzt, ohne die Spezifischen haben zu müssen. Das hängt halt davon ab, was man sehen will. Logisch, aber, also, wenn es einem dann nur darum geht, coole Augen, äh, zu sehen und Tentakel, wollte ich gerade schon sagen, ne, das wird schwieriger, glaube ich. Dann kann man mit Amazon und Netflix sicher natürlich ausreichend versorgt sein. Keine Frage. Jetzt eben Fragen, ähm, halt mal einen Moment. Zu Dominik seiner Sofa-Aussage muss er auch noch widersprechen, meint er. Zumindest aus seiner Sicht verbringt man doch schon relativ viel Zeit auf dem Sofa, deswegen ist es nicht nur einfach zum Sitzen da, sondern es sollte schon möglichst mit Bedacht gewählt werden. meine ich auch. Ich meine, meine Couch ist wichtig, da sitze ich viel, wenn ich nicht gerade am Schreibtisch hocke. Wie jetzt zum Beispiel. Ähm, nicht nur in Sachen Bequemlichkeit, auch was Sitzpositionen, gute Federung, Stichworten, rückenfreundlich angezeigt, man achtgeben. Ja, natürlich, das geht ja Hand in Hand. Ich meine, rückenfreundlich und bequem ist für mich so nicht auszuschließen. Muss beides stimmen. Weil wenn mir der Rücken wehtut nach einer halben Stunde, dann war es überhaupt auch nicht bequem. Hick. Naja. Äh, und da man sicher nicht alle paar Jahre eine neue Couch kaufen möchte, sollte die Qualität auch nicht zu kurz kommen. Ist die Frage, warum, also wenn der Aufwand nicht so groß wäre, dann warum eigentlich nicht? Man kauft ja auch alle paar Jahre ein neues Smartphone oder einen Fernseher. Gut, meinen habe ich jetzt auch schon sehr lange, aber vorher habe ich öfters, gut, da waren die technischen Änderungen noch häufiger relevanter für mich und so weiter. Oder auch Leute, die ein neues Auto kaufen alle paar Jahre. Naja, egal. Und in seinem Fall kommt es auch schon mal vor, dass man eine Nacht auf der Couch verbringt, die muss man als Bett herhalten. Also ich meine, jetzige Couch ist tatsächlich eine Ausziehcouch mit Bett, aber das meinst du ja, glaube ich, ja nicht. Ne, das, ich glaube, jede Couch, die einigermaßen bequem ist und nicht super schmal ist, kann man auch drauf schlafen, wenn man möchte und oder muss, aber möchte ich nicht. Gut. Fragen. Während 4K-Blurys hier in Deutschland immer noch ziemlich teuer sind, haut Amazon Italien und Frankreich das öfter in Angebote raus um die 10 Euro pro Film. Ach, okay, man lernt nie aus, da schaue ich halt normalerweise nicht. Eigentlich würde er beim Preis nicht Nein sagen, zumal die englische Tonspur ja auf jeden Fall mit an Bord ist, welche ihm ja reichen würde. Aber irgendwie strebt ihm, das sind doch Filme, am besten noch mit fremden Filmtiteln aus Nicht-Deutschland oder englischen Ländern ins Regal zu stellen. Wie sehe ich das? Würde ich mir Filme, wenn sie günstig wären, auch aus Italien oder Frankreich kaufen? Ne, sehe ich im Prinzip ganz genauso. Ich mag, wobei ich habe, aus der Zeit, wo ich viel bei DVD-Box-Office in Kanada bestellt habe, da war immer, Filmtitel waren dann meistens Deutsch, Englisch und Französisch abgebildet, aber auf das Bein vor allem, aber ist ja wieder ein bisschen was anderes. Nein, ich habe immer viel Wert drauf gelegt, die längste Zeit, ich möchte nur Spiele haben, besitzen, die ich auch verstehe, sei es denn also Englisch bevorzugt oder halt Deutsch. Und die Packung bitte auch, möglichst Englisch oder Deutsch, aber nicht nur Japanisch oder irgendwie fremd. Das mit dem Japanischen hat sich jetzt ein bisschen aufgeweicht, weil ich halt doch ab und zu jetzt auf Asien-Importe zugreife und da ist es halt ein bisschen ein Glücksspiel, ob die Spine Englisch oder Teil Englisch oder gar nicht Englisch ist. Das ist natürlich im Regal ein bisschen doof, wenn man so nicht versteht, was draufsteht. Aber da muss man halt durch. Und die anderen Sachen, also ich habe da schon immer penibel drauf geachtet, dass ich eine englische Version und nicht eine Europa-Version bekomme, was allerdings nicht immer ganz geklappt hat. Ich habe mal einen Wolfenstein, hat mir dann Gameware trotz anderer Ankündigungen, bei der Bestellung hieß es englische Version, dann kam die holländische. Das Spiel ist natürlich identisch, aber Parkung Hollands fand ich eher nicht so geil, hat mich sehr geärgert, aber mein Gott, war halt dann so. Und ein, zwei Spiele habe ich, also eins habe ich von NetGames mal bekommen, das war aus welchem Gründen auch immer dann die französische Fassung. Auch da, der Covertext hinten französisch, warum das jetzt scheiße? Dafür war es halt 15 Euro billiger wie die USK-Fassung. Da kann man halt auch nur, irgendwo sollte man nicht zu pingelig sein. Aber ja, also wenn es dann komplett anders heißt, ist es natürlich auch nicht geil. Mich ärgert auch oft genug, dass die, also meine Erfahrung ist, dass britische Blu-Rays, DVDs, irgendwas, gerne mal andere Cover-Motive haben, als die hiesigen, warst du ja klar, Marketing und so, und fast immer die hässlicheren. Also gefühlt, warum auch immer, aber auch nicht so schön. Aber ja, nee, aber also Titel möchte ich schon, wenn es geht, bitte schön den richtigen haben. Ich meine, der deutsche Titel muss ja auch nicht unbedingt richtig sein, aber wir leben hier, dann das kann man akzeptieren. Fertig. Aber italienisch, französisch bei irgendwas, lass uns jetzt die Hard sein, was auch immer das dann, was weiß ich, Morte, Kicke, was auch immer, ach scheiß drauf, ist ja egal. Nee, will ich nicht, geht nicht. Nein, möchte ich nicht haben. Ich habe übrigens, weil ich hier Playagia kurz, ich habe mir diese Woche tatsächlich den Luxus gegönnt, Root Double, die Vita-Version, die limitierte bei Playagia zu bestellen, weil es es ja nur da gibt. Super. Kommt im November raus, muss man vorab bezahlen. Und also Playagia habe ich mich bei Buried Stars schon beschwert, letztens ausgekotzt, wie doof das gelaufen ist. Und wenn es irgendwas ist, was es in Japan gibt, bestelle ich es als Prinzip inzwischen bei Amazon Japan, weil billiger normal ist, Versand auch, schneller, viel, viel schneller, zuverlässig und einfach. Und ja, also vor allem schneller und billiger und stresser. Und jetzt hier, also dieses Root Double kostet 4x3,45 Euro, Collectors Edition oder so. Plus Versand habe ich genommen express, weil ich keine Lust habe zu warten, gerade aus Hongkong mit normaler Brief steht kein bis zu 30 Tage lang. Nee, danke. Und dann express mit bezahlten Porto, mit bezahlten Zoll und Scheiß. Mache ich inzwischen. Also bei Amazon wird es einem ja zwingend auferlegt, da kann man gar nicht. Drumherum funktioniert aber super. Habe ich jetzt hier auch gemacht. Na gut, dann kommt da raus, dass ich Porto und Spielkost kombiniert, Pi mal Daumen, 60 Euro. Was zahle ich jetzt an Zoll und Steuergebühr? 28 Euro. Die haben einen Arsch offen. Habe ich auch gefragt, Leute, was ist das? Dann habe ich gesagt, ja, können wir nichts machen. Macht halt unser Dienstleistungspartner. Ja, was? Also ich habe dann hinten nach noch rum, ich kann ja auch nicht mehr stornieren, weil das ist hier bei diesen Play Asia Exclusives kann man nicht stornieren. Super. Was wollte ich sagen? Habe ich ein bisschen experimentiert, stellt sich raus, ja, das ist irgendein absurder Basisbetrag bei dieser Art von Versand, weil wenn man nämlich jetzt zwei Spiele bestellen würde, würde man also nochmal 50 Euro drauflegen, aber der Zollsteuer will sich nur um 8 Euro erhöhen, was ja diesen Pi mal da um die 20 Prozent sind. Also gut, bin ich halt auf die Schnauze gefallen, ärgert mich. Ich meine, es ist nicht so, dass ich es mir nicht leisten kann, es ist aber trotzdem ärgerlich und vor allem, wenn es sich hinten nach rausstellt, bei Videogames Plus hätte es das Ding auch gegeben und die verschicken sogar portofrei, aber halt dann auch wieder, ich habe schon länger nicht mehr bei VG Plus bestellt, früher war portofreier Normalversand hat unter zwei Wochen gebraucht und ging normalerweise stressfrei durch den Zoll. Ich möchte es aber nicht ausprobieren, weil ich da nicht mehr die Geduld und den Nerv dazu habe. Also ich zahle schon freiwillig den Zoll und mehr für den Versand, damit ich es stressfrei und unkompliziert bekomme, aber verarschen lassen möchte ich mich halt auch ungern und deswegen, ja, gut, so viel zu dem Thema, egal. So, Anime dreht sich in vielen Fällen ja auch gerne um das Thema Mecha, auch in Spielen gerne gesehen, wenn nicht jetzt spontan, weil wir wissen ja, wie gerne ich spontan bin, haha, lustig, überlege, was für Roboter und Mecha kommen mir in den Sinn und schaue ich und spiele ich gerne Filme, sie entspielen mit Robo-Action. Mei, das könnte ich als lustigen gerne sagen, Transformers, haha, ich weiß, das Einzige, was, Mei, Zone of the End, das ist ja jetzt nicht, ist ja nicht Anime-Herkunft, die Gundam-Geschichten, Gundam ist doch eine Anime-See, oder? Also die ganze Franchise. Ich meine, ich weiß auch, so Sachen wie Macross und Robotech habe ich schon mal gehört, aber nie wirklich, sind mir nie so in meinem Leben groß über den Weg gelaufen. Ja, also Gundam, nein, ich spiele eher selten, ich meine, es gab ja dieses Mac Assault auf der erste Xbox war es glaube ich, das war schon cool, also vereinzelte Mac-Spiele können schon mal Spaß machen, aber in der Regel, ich meine, Steel Battle war natürlich super cool vom Konzept her, aber in der Regel bin ich nicht so der Fan von großen, klobigen Maschinen, die man durch die Gegend lenkt, deswegen spiele ich sowas auch eher nicht. Virtual On war kacke, übrigens, habe ich eigentlich eine Liste für Filme oder Spiele, die ich mir noch ins Regal stellen möchte, also nicht eine Liste, die ich so wirklich führe, bei Filmen wird es mir jetzt auch schwer fallen, irgendwas zu nennen, wo ich sage, der heilige Gral und dann kommen sie irgendwann und dann finden sie es auch nicht mehr so, also vor ein paar Monaten war ja Skindeep, kam nach unendlicher Zeit doch auf Blu-Ray, war aber leider halt einfach qualitativ für den Arsch, Produktionstechnik, also Bild, Ton und so weiter und halt auch leider lange nicht mehr so witzig, wie man es sich in der verklärten Erinnerung ausgemalt hat. Also bei Filmen wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt, täte ich mir gerade schwer, was konkret zu sagen. Bei Spielen eigentlich auch nicht. Es liegt halt daran, dass ich normalerweise so ziemlich alles, was ich wirklich haben will, mir auch wirklich gleich organisiere oder irgendwann mal nachgekauft habe, wenn es doch günstig war. Also ich habe schon wahrgekauft, dass es ein, zwei Sachen so gibt, wo man sich denkt, mei, aber das scheitert dann eher, die gibt es halt im Westen nicht von mir, also irgendwie sowas. Aber ich könnte jetzt kein konkretes Beispiel nennen, gerade, wo ich sage, das muss sein. Ich meine, ich kaufe manchmal auch semi-spontan bei Limited Run im Prinzip eigentlich fast nur irgendwelche Sachen, wenn man noch, die ich dann zwar meistens digital schon habe, aber einfach aus Vollständigkeitsgründen, die Mitsuguchi-Geschichten zum Beispiel. Ja, Res Infinite, das war damals mit IM8-Bit ganz groß, das war auch so ein Geficke. Scheißladen, da habe ich nie wieder was bestellt. Die Sendan-Kagura-Spiele habe ich mal alle zusammengekauft. Jetzt eben, ah ja, das Reflections muss jetzt noch mal irgendwann kommen, die West-Version. Das ist bezahlt, aber muss halt produziert werden erst noch. Und Space Channel 5 VR habe ich mir einfach aus Lust daran, das zu besitzen. Das ist zwar eigentlich ein totaler Flop und eine Enttäuschung auf seine Weise, aber es ist halt Space Channel und deswegen, mein Gott, da freue ich mich halt einfach, wenn ich es besitze, aber also wirklich relevant oder aus wirklich Spielengründen könnte ich jetzt glaube ich wenig nennen. Mit welcher einigermaßen Persönlichkeit würde ich gerne mal ein Glas Schlipschrapp schlürfen wollen? weiß ich, also also so richtig ernsthaft aus Idolgründen oder irgendwas, ich glaube, da wüsste ich jetzt einfach auch niemand, aus interessant mal treffen zu und mit dem zu plaudern, wenn er dann, ehrlich zu plaudern, wäre jetzt, gäbe es sicher hier und da was, ich meine, Mitsuguchi wäre zum Beispiel, also Resman, Tetsuya Mitsuguchi, der spricht ja noch dazu perfekt Englisch, mit dem könnte man auch ohne Dolmetscher vernünftig gehen, das wäre sicher mal interessant, was vielleicht ganz witzig wäre, wäre mal mit Peter Molyneux heutzutage mal zu reden über seine gesamte, ich habe mit Molyneux zwei, drei Interviews gehabt und die waren sehr, sehr, also der ist, der Mann ist super charismatisch, aber er hat halt auch schon so viel Müll erzählt und verbrochen, das ist ja die andere Geschichte, sein, wie ist es, tippe stundenlang auf einem Würfelchen rumdingen, ich habe den Namen vergessen, vielleicht letztes seltsames Teil halt damals, Eure Goddus, das war ja ein Vollflop, mein Gott, natürlich könnt ihr das aus Gaudi sagen, eine Million verschiedene erwachsene Darstellerinnen, aber das wäre viel zu doof und außerdem wäre ich da viel zu schüchtern für, da wüsste ich gar nicht, was ich da tun sollte, wo ich hinschauen sollte, überhaupt, nee, außerdem ist das viel zu, plump und doof, also nee, das wäre auch, würde mir nicht entsprechen, glaube ich, nee, also, ja, schwierig, ja, aber im Endeffekt, einen hatte ich ja, was soll's, welches würde ich jetzt, eigentlich ist das schwierigste Spielbild sein, das ich jemals angegangen bin, wahrscheinlich, wenn ich lang und hartnäckig analysieren würde, müsste es irgendwas sein aus meiner Kindheit, weil die Spiele damals ja so schwer waren alle, ich meine, das hat man ja gesehen an meinem hübschen Retro-Pines, versuch mal als Loki durchzuspielen, lustiger Gag, aber nee, ich kann dir, also aus der Neuzeit, also die meisten heutzutage, als oh, sind so toll schwer und geil, ich bin so, so toll, weil ich jetzt ein Souls-like mich habe verreschen lassen, das fasse ich nicht mehr an, da habe ich einfach keinen Bock drauf, ich habe bei Trials die Extremstrecken auch nur, ich glaube, einmal eine versucht zu schaffen, und dann habe ich mir gedacht, nee, bin doch nicht bescheuert, in der Zeit kann ja auch Spaß haben, Arbeitstechnisch haben mich sicher schon mal hier und da Spiele gepiesackt, also in der jüngeren Vergangenheit natürlich eine Handvoll von den Crash-Bandicoot-Levels, die einfach abartig sind, was man nur was an die Wand schmeißen will, ich kann auch, also es gab schon hier und da Spiele, wo ich wirklich laut rumgeschrien habe, vor lauter genervt sein, weil es so abartig fies war, aus irgendeinem Grund, aber viel kann ich jetzt nicht spontan namentlich nicht rausziehen, aber ja, wie gesagt, damit möchte ich schaffen wollen, da irgendwo schwört mir schon rum, dass es zwei, drei gibt, die ich tatsächlich auch aus dem Anfall von Dummheit wirklich dann auch durchgespielt habe, aber ich könnte jetzt, mir fallen sie nicht mehr ein, wahrscheinlich habe ich sie verdrängt als traumatisches Erlebnis oder so einen Scheiß, naja, mal sehen, ob wir nächste Woche über die PS5 schreiben, ja, das warten, schauen wir mal, also hoffentlich, wenn dann anfangen, da wollen wir nicht erst Ende, weil dann haben wir uns knapp verpasst, bis dahin schön, ein schönes, leider wieder warmes Wochenende im Endeffekt, also laut meinen Wettervorschau, so 25, 26 Grad, obwohl, was sagt denn jetzt meine tolle Windows 10 Vorschau, für das Wochenende, 23, 24, am Dienstag wird es 26 Grad, das sind alles Temperaturen, mit denen ich noch leben kann, gut, also fände ich jetzt nicht so schlimm, kann man machen, gut, ähm, weiter, da Dominik ist dran, also, er ist heute mal wieder knapp vor der Kentspieler-Deadline, aber noch geschafft, naja, um halb zwei ist es nicht knapp, knapp sind andere Leute, glaubst du mir, heute ist doch die große Sommerpause der Heute-Show vorbei, und er freut sich, die Sendung mal wieder zu sehen, er hat die Show gerade in der Corona-Zeit schätzen gelernt, mit ihren lustigen, aber auch kritisch hinterfragenden Beiträgen, eines der wenigen Dinge, die er noch im TV schaut, ich muss zugeben, ich habe meinen Lebtag gleich noch keine komplette Folge Heute-Show gesehen, ähm, ich könnte jetzt auch nicht ganz schlüssig ergründen, warum, einfach, weil ich, äh, außer halt generellem, äh, TV-Müdigkeit, was jetzt nicht so stimmt, weil ich TV nicht unbedingt müde bin, aber läuft halt meistens im Hintergrund, für Sport, oder sowas, oder die, ja, oder Schau halt Sport, aber, ähm, irgendwie um, wann, dreiviertel, wann kommt's, viertel nach zehn, oder? Keine Ahnung, also Freitag, Spätabend, da bin ich irgendwie nicht so aufnahmebereit für sowas auch, und der Welke hat mich in seiner Frühzeit, äh, ziemlich, äh, äh, als noch quasi normal komödisch, oder als Sportmensch, ich fand, ich konnte dem nichts abgewinnen, das ist heute sicher anders, und auch wenn ich's in fetzenweise seh, dann kann ich nachvollziehen, warum die heute schon so gut ist, kein Thema, aber es ist halt nicht so mein Bier, aber ich kann's verstehen, ja. Seine Schwester hat es Glück, den neuen Disney Mulan schauen zu können, bei einer Freundin, hier ihre original Textnachricht drüber, sind die Smileys aus Nachricht, egal, hab Mulan mittlerweile gesehen, ist leider nicht so tolle, äh, neutral reinschauender Smiley, vom Trailer her konnte man es noch nicht ganz so erahnen, aber im Prinzip haben die das Wichtigste verändert, die wird nicht so gut, weil sie hart arbeitet und generell schlau ist, sondern weil sie magische Kräfte hat, so dumm, äh, neutral schauender Smiley mit geschlossenen Augen, äh, so, was ist das für ein Emote? Frust? Irritation? Ärgernis? Und ich dachte erst, die wollen das Realistische machen, da konnte ich verstehen, dass die kleinen Drachen als Sidekick, dass sie keinen Drachen als Sidekick wollten, aber andererseits gibt's dann ja diese Hexe, die sich verwandeln kann, und dann fliegt da so ein Phönix rum, äh, traurig, dreinschauender Smiley. Naja, war ja eigentlich klar, dass man das Original nicht übertreffen kann, das ist einfach das Beste, äh, fröhlich, zwinkern, schauender Smiley. Ähm, ja gut, ich hab Kritiken gelesen, die sagen, der neue Mulan ist tatsächlich ganz gut geworden, auf jeden Fall geht er halt weit weg vom Film, vom Original, was glaube ich sicher nicht die schlechteste Idee ist. Ja, meine ich, also ihm persönlich haben die Trailer gereicht, da schaut er lieber das Original nochmal an, äh, das ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hab, äh, die Trailer hab ich aber auch nicht gesehen. Was halte ich von den ganzen Real Disney für Filmungen? Ähm, ich hab bisher exakt einen halben Film gesehen, das war Aladdin vor nicht allzu langer Zeit, weil ich dann doch mal gucken wollte, wie sich so Will Smith als Genie, äh, schlägt und was die Musik so macht. Und, äh, dann irgendwo, ich hab's nicht durchgehalten, nicht, weil ich den Film jetzt furchtbar fand, aber irgendwie war er auch nicht so packend. Und, äh, er war vor allem so lang, der geht auch gleich auch auf die zwei Stunden zu, das mit, mit, mit Füller, Nebenhandlung, die halt vorher so nicht war, und dieses, ich fand aber die war ordentlich gemacht. Ich hab vage im Kopf, dass, äh, König der Löwen wohl sehr nah am Original ist, äh, Schön und das Biest wohl auch und Dschungelbuch weiß ich nicht. Ähm, ich hab kein Problem damit, ich muss sie ja nicht anschauen. Und wenn ich sie ja heutzutage anschauen will, dann kann ich auch warten, dann ist sie auf Disney Plus auftauchen, klar. Ähm, also, grundsätzlich ein bisschen interessiert bin ich schon, aber ich glaube auch, sinnvollste wäre tatsächlich, wenn sie, äh, das Ding, einen eigenen Dreh finden, ob man den jetzt gut oder schlecht findet, ist dann natürlich die Geschichte, siehe hier die Mulan-Meinung der Schwester. Ähm, aber wenn es halt im Endeffekt eine 1 zu 1 Realverfilmung ist vom, vom Original, was jetzt nicht unbedingt schlecht gealtert sein dürfte, dann, äh, warum? Dann brauchst du halt nicht. Ich muss übrigens sagen, also auch damals die ersten Bilder von Will Smith als Gin, danken sich auch, oh mein Gott, aber eigentlich, das ist gar nicht, der hat das schon, soweit ich, also, den Teil, den ich gesehen habe, der macht das ordentlich und der ist halt komplett anders wie Robin Williams, was, äh, also, irgendwie in seinem Habitus, bei der Musik natürlich wieder nicht so, die hält sich relativ nah ans Original, äh, da macht es auch Sinn, denke ich, ähm, aber sonst ist das schon okay, aber wie gesagt, mein Gott, schauen wir ab mal. Wann war ich das letzte Mal beim Hausarzt? Der durfte mal wieder hin, zu kleines Wartensimmer wegen Corona, also vor der Tür in der Kälte, warten, angesagt, zweieinhalb Stunden waren das, das macht Spaß, das zweieinhalb Stunden warten macht nie Spaß, auch wenn es drin wäre, natürlich, ähm, die Hand dann draußen war, äh, scheiße, nicht schön, ähm, tatsächlich sehr lang, äh, ich war mal, letztes Jahr, wo ich mit meinem Hals und meinen Ohren mich so rumgeschlagen habe, war ich ein paar Mal bei diesem und jenem Arzt, äh, und danach, ich glaube, zum Jahresende hin, weil ich noch meine Impfungen nach ewigen Zeiten wieder aufgeflüchtet habe und mir eigentlich noch zwei Tollwutimpfungen gefehlt haben, die zweite wäre jetzt in die Pandemie gefallen, deswegen ist das Ganze wahrscheinlich jetzt schon für den Arsch gewesen, aber ja, also ich bin, Zahnarzt, bis auf Zahnarzt, den ich schon reichhaltig beschäftigt habe, leider in meinem Leben auch für viel Geld, äh, normal Arzt bin ich sehr, sehr wenig in meinem Erwachsenendasein gewesen, zum Glück habe ich mir noch nie was wirklich Großes zugezogen, ich war vereinzelter im Laufthor ja immer wieder mal wegen Hexenschuss oder Rückenschmerzen mal beim, äh, was ist es, Orthopäden, ne, aber sonst so normal grundsätzlich eher weniger, also wie gesagt, das ist jetzt schon ziemlich, ne, also letzter richtiger Arztbesuch, sag ich mal, ist jetzt ein gutes Jahr her und der letzte Semi-Arztbesuch wegen Impfen war halt vor, war halt eben entweder Ende letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, aber naja, mit welchem Spiel, Tier würde ich lieber im Keller einspinnen lassen, Skorpion oder Vogelspinne, ja, weder noch, aber also, da war keine Frage, wenn es denn unbedingt sein müsste, dann mit dem Skorpion, weil, die sind zwar auch gefährlich und alles, aber ein Skorpion sieht nicht so furchtbar ätzend aus wie, wie eine Spinne, wie eine riesige Spinne noch dazu, äh, ja, aber nee, danke, der Gedanke allein, nee, danke. Er findet statt, dass die Switch Lite als Scheißkiste bezeichnet, er mag das Ding total und will seitdem die normale Switch im Handheld-Modus nicht mehr benutzen. Äh, die Lite ist leichter und liegt besser in der Hand. Ja, gewisse Spiele gehen da nicht sinnvoller, aber im Ernst, so viel sind es dann doch auch nicht. Er findet die Lite hat eine absolute Daseinsberechtigung, für ihn ist die Switch an sich ein Handheld. Äh, nee, muss ich natürlich widersprechen, grundsätzlich. Also, sie ist leichter, das stimmt. Das stimmt natürlich, aber, ähm, uns liegt besser in der Hand. Jein, wenn man natürlich, äh, nicht den Touchscreen an sich benutzen will, ich hab übrigens so Sachen wie Voice komplett um mit abgenommenen Dingern gespielt, weil man es dann noch besser im Griff hat. Ähm, dann geht das wohl, aber, aber, es ist, und natürlich ist es ein bisschen, weil halt natürlich die Joy-Cons verbaut sind, ist es ein bisschen weniger wackelig, das ist klar, aber, aber nicht, das macht die Tausend Nachteile halt nicht wert. Ich meine, ähm, wie immer halt, man kann's, ich kann ja meine normale Switch, wenn ich will, nur Handheld spielen, aber ich kann's halt am Fernseher spielen, das kann ich halt mit einer Light nicht, und es ist ja jetzt beim besten Willen nicht so, dass alle Switch-Spiele wirklich ideal, von der Schriftgröße vor allem auch gerne, auf den kleinen Bildschirm ausgelegt sind, und dann ist der ja noch kleiner wie, nochmal ein Stück kleiner wie bei einer normalen Switch, und das macht mir keinen Spaß, also, Beispiel jetzt auch Aokana, was in der Visual Novel ist, die man nur liest, die Schrift ist für mich grenzwertig klein auf dem normalen Switch-Spielschirm, das ist anstrengend, also, und dafür ist das Bild nicht gut genug, so ungefähr, die Auflösung, ich meine, äh, das kann man bei der Vita das Problem übrigens auch haben, natürlich, aber weniger halt, aber, ja, also es geht schon mal nicht, dann habe ich die Spiele nicht gehen, natürlich sind das nicht allzu viele, aber absurderweise ist ja zum Beispiel ein Gehirnjogging, nicht, dass ich das jetzt toll fand, also, auf der Switch ist sogar ziemlich langweilig, aber wenn halt die coolen Sachen alle nicht gehen, weil die die Switch Lite nicht hat, das ist doch ein Witz, äh, also, wirklich ein schlechter Witz, dann, und dann, ein Ring Fit, natürlich kann ich theoretisch ein zweites Joy-Con anklinken, aber, hey, ich meine, Tabletop-Modus ist ja wirklich eine, die ja übrigens auch nicht geht bei einer Lite, die kann ich ja nicht einmal aufstellen, dann braucht ja noch eine Stütze dafür, und da sehe ich ja nichts, Ring Fit kann ich nicht spielen, also, es sind nicht allzu viele Spiele, bei den Mario-Spielen ist jetzt auch wieder irgendeine Funktionalität, die nicht geht, die mir persönlich auch egal ist, getrenntes Joy-Con spielen, äh, muss nicht sein, aber, nee, nee, ich sehe den Vorteil, nein, es hat für mich nichts an Vorteil, es ist ein bisschen billiger, also, die Vorteile, die man nennen kann, die wiegen vorne und hinten den Nachteil nicht auf, wie gesagt, ich meine, du kannst ja auch gar nichts sagen, ich glaube, du hattest ein normales Switch, oder hast du auch noch, oder, ja, natürlich, selbst wenn es halt primär ein Handheld ist, es gibt halt doch Momente, wo man es vielleicht mal doch nicht im Handheld spielen will, oder kann, oder sollte, ich meine, natürlich kann ich Animal Crossing immer im Handheld-Modus spielen, aber es ist halt auch mal schön, wenn man seine Insel mal in groß anschauen kann, einfach, es ist halt einfach, ja, nee, also, also, es ist nicht das Schlimmste, was man haben kann, leider, aber ich finde es, für mich ist die völlig überflüssig, und noch dazu, seit es das neue Switch-Modell mit der doppelten Batterielaufzeit gibt, noch erst recht, es ist absurd, dass das Handheld so viel weniger lang hält, wie das, wie das verkappte Handheld, also, nee, das, nee, nee, und finde ich, ich finde übrigens auch generell, für ein reines Handheld ist die Kiste eigentlich auch zu groß, ich brauche ein eigenes Etui, gut, das brauchen andere auch, aber ich kann es halt nicht in die Hosentasche stecken, das kann man bei der Vita, kann man streiten, und beim 3DS, aber die sind klein genug, dass ich sie in eine Jackentasche oder Hosentasche stecken kann, noch einigermaßen, bei einer Switch ist das halt einfach nicht mehr der Fall, und deswegen ist das auch, wenn ich dann schon eh einen Rucksack brauche, zum Mitnehmen, dann kann ich auch gleich das Normalgroße nehmen, das ist halt meine Auffassung, aber gut, ich meine, wenn es dir gefällt, es ist schön für dich, ich möchte es, ich würde es vielleicht nur interessant finden, wenn man fließend übergehen kann, so wie jetzt zwischen den verschiedenen Xboxen zum Beispiel, das erlaubt ja Nintendo auch nicht, dann könnte ich mir vorstellen, jetzt vielleicht mir zur Gaudi eine Lite zu kaufen für unterwegs, aber geht ja nicht, nee, ist halt für den Arsch, also dann halt nicht, obwohl ich weiß gar nicht, kann man auf, man könnte mal auf seiner Lite den Offline-Account installieren und auf seiner Nicht-Lite den Online-Account und da ist man eh immer online, wenn man daheim ist, ja egal, aber jedenfalls, nee, braucht es nicht, ach so, und übrigens, alleine die Angst vor dem Joy-Con-Drift würde mich von der Lite ganz, ganz schnell abhalten, weil wenn da mal ein Drift drin ist, dann hast du halt echt die Arschkarte gezogen, das kannst du nicht austauschen, und ich habe hier zwei linke Joy-Con-Hälften, eine gekauft, weil die alte nicht mehr so ganz ging und die zweite so auf Vorrat, weil ich zuvor war zum Drückschicken und bin jetzt froh, dass ich sie habe, beim Einzelnen kaufen ist es schwierig, beziehungsweise wenn man eine Schwarze will, aber naja, egal. All Out von AIW, der letzte Woche gesendet wurde, am Samstag richtig, war sehenswert, aber leider eine der schwächeren Pay-Per-Views dieser neuen Liga und Matt Hardy meint, er müsste sich unbedingt mit dem Hinterkopf von der Rampe auf den Boden, Autsch, ja, das habe ich dir drüber gelesen natürlich, und ich habe mir auch gedacht, ja, klingt gut und die Rebi war sauer offensichtlich. Naja. Habe ich Medikamente, die ich jeden Tag einnehmen muss? Er braucht regelmäßig Tropfen, um den Kreislauf anzuregen. Schmeckt auch schön bitter. Nee. Ich bin sicher nicht der fitteste Mensch der Welt, weil ich entschieden zu viel auf den Rippen habe heutzutage und auch mich viel zu wenig bewege, deswegen ja auch gerne mal ab und zu Kreuzschmerzen und den ganzen Klamauk, den man so in der Hinsicht haben kann, aber Medikamente brauche ich keine. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ich nehme halt ab und zu meine Kopfweh-Tablette, wenn es mich mal Pi sagt, aber auch das kommt nicht allzu häufig vor. Also da fühle ich mich schon, wie sage ich, bin ich nicht unglücklich drüber, dass es so läuft. Also ist gut so. Schöne Woche, der meint der Dominik und schickt mich noch Fotos. Die Sommerpause vorbei, eben die Corona-Idioten-Charts von der Heute-Show, da habe ich ja heute auch auf unserer hübschen Webseite eine Spezies von angetroffen, wo ich mir auch gedacht habe, nee, danke. Dann, ja, zu viel Salat im Kopf, ja, der Attila, der ist auch ein, die Postillion-Geschichte fand ich großartig, dass er uns einen ganzen Idioten erklären muss, dass das ja eine Parodie war. Und die Stichprobe, Penisvergrößerung, bis zu 85 Prozent in weniger als 10 Minuten, ja, weil wenn die Biene an der richtigen Stelle hinlangt, dann geht das schon. Natürliche Penisvergrößerung. Ja, lecker. Das ist schweigrahmend ein Bild übrigens. Aber gut. Äh, ja. Und zum Abschluss haben wir noch, wer sollte es wohl sein, der Düsi, der dann meint, unter einer akademischen Viertelstunde nach 18 Uhr, also passt. Ja, 18 Uhr 12, ja. Ja, okay. Seid ihr verziehen. WXW in Kutenholz gibt es sogar auf dem WWN-Network mit englischen Untertiteln. Was mit Untertiteln? Super. Dann sollte ich doch mal reinschauen, glaube ich. Er bestellt und bezahlt immer mit American Express bei Amazon. Es wird kurz vor dem Verschicken gebucht. Ich bin fasziniert. Es gibt echt Leute, die Amazon und American Express benutzen. Wow. Ich kann mich noch wagen, dass ich letztens, haben wir das, habe ich das hier auch mal abgehandelt oder wo war es, mit jemandem geredet haben, haben wir nicht, waren wir nicht, waren nicht das wir sogar, ach, wer weiß das schon, wirklich, dass ich mich immer wundere, dass es das überhaupt noch gibt. Ich meine, American Express ist gefühlt die bekannteste Marke, weil die ja so viel Werbung fahren, aber die nutzt halt kaum jemand. Ich würde mal gerne den Marktanteil bei uns wissen, müsste ich glaube ich mal nachgoogeln, aber der wird so irgendwie sehr, sehr gering sein gegenüber Visa und Mastercard logischerweise, aber mein Gott. Also es mag schon sein, dass Amazon nicht immer so ist oder vielleicht hängt es auch an meiner ausstellenden Bank, dass es so gehandhabt wird oder halt an Visa statt mal an American Express, aber also bei, wenn die Konsolen jetzt zum Vorbestellen kommen, werde ich dann auch die Variante über Abbuchung gehen, weil ich habe keine Lust, dass es dann versehentlich oder auch nicht versehentlich eben geblockt wird und dann sitze ich da und habe mein Limit für zwei Monate auf um 100 Euro reduziert, sinnfrei, aber egal. Was ihn bei Mario Kart Live, also dem Kart interessieren würde, wie ist die Reichweite und kann man zum Beispiel auch Erhöhungen bauen? Ja, also die Reichweite ist eine gute Frage, aber vernünftig, mei, welche Reichweite haben normale Modellautos schon ordentlich doch, oder? Und Erhöhungen, definiere Erhöhungen, manche so Hügel, wo das Ding drüber fährt, ja, warum nicht? Muss ich halt irgendwie aufstellen oder mir selber zusammenbasteln wahrscheinlich, weil halt in dem Set ja wohl nicht so viel dabei ist. Also für mich ist es nix, aber egal. Evercade-Module direkt von Amazon und aus Deutschland verschickt. Nicht schlecht, die Restlichen hat er auch alle da jetzt bei Amazon Deutschland offenbisschen was vorbestellt, Amazon macht das schon. Naja, irgendwann mal vielleicht. Wie gesagt, die angebliche Neuware war ja Ende August. Wenn du sie jetzt noch nicht schon wieder verschickt hast, dann weiß ich es auch nicht, aber mal abwarten. Weiß man schon, wann man die neu angekündigten vorbestellen kann? Ähm, nee. Nee, also das war's mit Jaleco 1 und Pyco Interactive 2. Bisschen sehr sportspiellastig, aber an sich cool. Also sind ordentliche Module, gerade die Pyco finde ich gut. Jaleco dann gut. Activision 2600 wäre mir trotzdem viel lieber, aber mein Gott. Die kommen erst Anfang 2011, also ich würde da vermutmaßen, sehr viel vorher würde man nicht bestellen können. Und ich bin nicht auch, die sollen jetzt erstmal die, die vier Stück, die sie jetzt schon bestellbar gemacht haben, mal liefern. Das ist ja auch ewiger Vorlauf. Also, naja, warten wir's ab. Ja. AEW, All Out war mal wieder sehr gut, etwas lang vielleicht, so ein, zwei Matches weniger wären besser gewesen. Also wenn ich, ich hab's ja auch nur so überflogen, irgendwo was von vier Stunden gelesen. Klar, die haben nicht so viele Pay-Per-Views wie die WWE, aber vier Stunden ist einfach, wenn ich vier Stunden beim Summerslam zu lang finde, dann find ich's woanders auch zu lang. Also drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden ist völlig ausreichend und bei so einer Länge kann man auch öfter höhere Frequenz fahren, find ich, dann stresst es weniger, aber, naja, mein Gott. Ich hab's nicht gesehen, ich geb da kein Geld für aus. Ich weiß, ehrlich, ich war das letzte Mal Wrestling, ja, wahrscheinlich bei Payback halt. Ja, und beim Summerslam. Bei Takeover. Naja, egal. Endlich gibt's Preisdatum und Vorbestelldatum der Xbox Series X und S. Eher unfreiwillig, denkt er, aber endlich mal was Konkretes. Hatten wir ja vorhin schon mal, jeder muss, jetzt muss Sonja endlich mal die Hosen runterlassen. Naja, warten wir's ab. Was sag ich zu den Preisen? Er denkt, 300 ist schon ein Kampfpreis und jetzt, wo EA Access im Game Pass Ultimate integriert wird, das dürfte dann den ein oder anderen FIFA-Spieler ins Xbox-Lager treiben. Dürft es mir ist Microsoft Hoffen denkt er. also hat man ja wie vorhin schon, also wie gesagt, sorry, aber vorhin schon. Kampfpreis stimmt natürlich, auf jeden Fall. Die EA-Geschichte, das hat man noch nicht. Das stimmt, wobei ich ja auch denke, also der FIFA-Spieler ist ja eigentlich sogar noch der am ehesten nicht tangierte, weil der FIFA-Spieler an sich muss ja immer die aktuellste Version haben mit den Mannschaftsdaten und die ist nächstes Jahr nicht drin. Also man kriegt sie billiger oder kann sie 10 Stunden anspielen, aber da muss man sie immer noch kaufen. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die aktuelle Variante in Access landet. Ich weiß nicht, ob 19 jetzt schon drin ist, vermutlich. Aber es ist natürlich viel drin, klar. Das ist schon nochmal ein ordentlicher Mehrwert, das stimmt schon, keine Frage. Na gut, 25 Euro, wenn wir mal ehrlich, ist so viel kostet Access. Wobei lustigerweise aktuell ja FIFA 19 auf der Playstation für 4 oder 5 Euro kaufbar ist. Ne, Moment, 19. Habe ich 19 gesagt? Oder machen wir 20? Stimmt, 19 wäre für ein Arsch, war es nicht noch 20? Ach, ich bringe es immer da aneinander. Ist ja wurscht. Ja, aber das bringt sicher auch was. Da wüsste ich auch gerne mal wieder wissen, wie viel Geld Microsoft da wieder an ein Ei puttert. Aber vor allem, das ist ja wirklich mehr auf... Ja gut, also ich kann mir nicht... Ich tue mir sehr schwer nach wie vor mit dem Glauben, dass der Game Pass ein profitsträchtiges Modell ist, wo man wirklich auf Dauer viel verdienen kann, wenn man nicht sagt, wir fahren jetzt, wir erreichen eine Basis und dann werden wir anfangen entweder teurer zu werden oder wir reduzieren den Inhalt. Aber wir werden es sehen. Ich weiß es auch nicht. Ubisoft Forward, naja, Immortals Fenyx Rising sah ganz nett aus. Wie fand ich das Event? auch das hatten wir vorhin natürlich schon. Wie gesagt, ja, durchwachsen. Nennen wir es so. Ach, so schlecht ist der AC gar nicht. Haben wir über... Wenn einer Stress macht, dann eher natürlich. Haha. Ich kann mich wieder nicht mehr erinnern, haben wir über AC Schröder geredet, aber naja, gibt Schlimmeres, aber egal. Mandalorian Staffel 2 freut sich schon drauf, das ist quasi der Grund, warum er das Abo behält. Das... Ich hab Mandalorian... gibt mir einfach nichts. Ich ärgere mich. Ich glaub, Muppets Now gibt's auch immer noch nicht, oder? Das ist ärgerlich. Ähm... Ne, ich kann mit Mandalorian... Diese Vorschusslorbeeren, oh wie toll und geil, ich hab... Das gibt mir nichts. Ja, die Szenierung ist ganz cool, aber das ist so... Also, ich hab's auch nicht fertig geschaut, weil ich dann so Folge dreinführe, das ist purer Leerlauf, nichts geht voran, was interessiert mich der Typ überhaupt? Kübel auf dem Kopf sagt nix, super. Ah ja, und da ist der kleine Yoda. Ich... Ne. Das geht an mir einfach komplett vorbei irgendwie. Schade, aber... Lucifer hat da zwei Folgen gesehen und naja, da geht hoffentlich noch was. Reden wir von zwei Folgen von ganz Beginn oder jetzt von der neuen Staffel. Ich kann nur sagen, bei Staffel 5a muss man die vierte Folge halt drüber hinwegkommen. Die war für mich der große Bremser. Ich mein, das Story-Gimmick war okay und das hat ja auch eine Relevanz, aber das Ganze hätte man in 5 Minuten statt in 45 machen können. Aber... Und ich kann mich auch nicht mehr ganz wieder anfangen, wie der erste Staffel war, aber ich bin halt... Also, ja, ich bin nach wie vor Lucifer, ich find's super. The Boys übrigens hat zwar keiner gefragt. Ich hab die ersten drei Folgen jetzt natürlich gesehen, die vierte von heute noch nicht. Bisschen komisch, ein bisschen langsamer, wie ich... Also, hat mit dem Comic nicht mehr allzu viel zu tun. Überwiegend. Ein bisschen sehr langsam für mein Empfinden, der ganze... Mal schauen, wie es jetzt dann weitergeht. Aber auf jeden Fall immer noch sehr interessant und gut gemacht. Und ich hab... Die Folgen sind arschlang. Die von heute ist 69 Minuten lang und die anderen waren auch alle mindestens eine Stunde, glaube ich. Hoi. Dann ist natürlich mit nur acht Folgen gar nicht mal so wenig. Wenn man überlegt, eine klassische Fernsehserie sind 42 Minuten pro Folge. Also, es sind acht Folgen mit über 60 Minuten schon eher so wie zwölf oder... Ja. Um die zwölf rum und so eine klassische Halbstaffel im Fernsehen sind 13 Folgen. Also, es geht dann schon. Kann man schon lassen. Ja. Schönes Wochenende. Bleibt euch gesund, meint er. Danke gleichfalls. Und damit sind wir durch. Tatsächlich. Mit überschaubarer Länge. Aber ich würde sagen, schon okay. Trotz allem. Ähm. Ja. Kommen wir zum Schluss. Nicht ganz eineinhalb Stunden. Passt schon. Mal wieder ein bisschen kürzer diesmal, aber ich kann damit leben. Ihr hoffentlich auch. Äh, wie gesagt, wem es langweilig ist, ich habe ja diese Woche ein, zwei Videochen. Nächste Woche gibt es, glaube ich, sogar drei Videos. Und dann kommt noch mehr. Und habe noch ein bisschen andere Sachen vorbereitet. Also, ein bisschen gibt es demnächst wieder noch. Auch nicht schlecht. Dann schauen wir mal weiter. Ähm. Ja. Und ansonsten halt, das Übliche. Nächster Samstag ist dann wieder Blatzeit. Und dafür brauche ich natürlich Material von euch. Ihr wisst es ja alle, ihr vier bis sechs, sieben Leute, die sich immer rühren. Bis Freitag, 18 Uhr. bitte entweder in die YouTube-Kommentare, aber noch sehr viel lieber als E-Mail an bla. mit h at kernspieler.de Ja, das war's. Ich mache jetzt hier Schluss, damit ich das Ding bearbeiten und hochladen kann und ihr am Samstag was hören könnt. Dann wünsche ich uns allen ein angenehmes Wochenende und eine praktische weitere Woche und überhaupt. Und ja, bis dahin dann und tschüss. Und tschüss.